Und wir sind wieder da! Zu Project 04. Eigentlich hat es ja noch einen Beinamen, so wie, glaube ich, jeder Teil. Huh, wissen Sie, was ist das denn? Na, wo ist das Leuchte denn versteckt? Na komm, diese Haki. Ach so, das meinst du damit? Ah! Nächster Zettel. Und ich werfe die Taschenlampe um. Das muss es sein. Die Diagnoseaufnahme. Misaki Aso. Also sind wir in Misakis Zimmer. Hä? Nein, das ist das Falsche. Aber draußen scheinen wir in Misakis Zimmer zu sein. Ich hoffe, finde ich den Zettel hier nicht. Tja, der Zettel existiert nicht. Immer wieder der Nächste. Aber es scheint doch um Misaki zu gehen. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin gut. 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 Nein, das ist kein Problem. Ich bin gut. Ich bin gut. Therapie? Oh-oh. Hallo? Ohaio. Bist du? Nein! Hinter mir! Ist klar! Bist du? Nein! Hinter mir! Ist klar! Bist du? Bist du? Nein, Platz. Oha! Lass mich so nah aufbust da. Hallo? Oh! Habe ich das noch mit einem Taschenlämpchen? Ich habe auch so eins. Da. Na, Misaki. Ach, Misaki. Danke. Da hinten liegt auch was. Das fehlende Puzzlestück. Aber wir heben erstmal den Rast auf. Eine Linse. Ach, Misaki. So. 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 Apok. So. 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 Das war's für heute. Und der nächste Schüssel, das ist die Wimperntuschenfrau wieder. Um es mal kurz zu erklären, sie zählt auf japanisch. Sag ich gleich weiter was zu. Wimperntuschenfrau. Wimperntuschenfrau. Das ging aber schnell. Das ging aber schnell in das Kapitel. Okay, und speichern wir eben zum Ende der Folge. Das heißt dann, wir sehen uns beim nächsten Mal mit der Wimperntuschenfrau. Auf Wiedersehen. Das war's für heute.